Du hast Bücher und ich habe wirklich eine Buchstabenkombination mit TH, AN, D&D. Ich habe noch Doppelung gesagt, also WL, D&D, das ist Mokin. Und wir wissen nicht, welche Sprache das ist. Ich meine, das kann dann einer ganzer. Das ist eine Buchstabenkombination. Okay, gehen wir zurück auf Anfangen. Was wissen wir über diesen Kerl? Wer ist? Er ist weiß.